Ich hab jetzt mal eine Grasmaske dabei Stur? Ja Nein, die Geißen waren da eh abloh Du gehst am besten... Du hast unten alles total für Minen beim Parkhaus Willkommen zum Parkhaus Aufzug Geh rein und... Zum selben Ebene wie ich, ja Folge mir Kannst der auch so eingehen? Ja, du kannst da aber einen Aufzug, dann bist du gleich direkt dort, dann kennst du dich... Ist das Auto? Nein, da wird's zu Trains Train-Maintain-Stat, aber auch da und drücken Gut, bist du? Nein Ok, ich folge dir Ah, ok Und da bin ich da unten? Ja, kannst... Du kannst ja... Du kannst ja... Binäre... Trinäre... Parkplatz? Ja Na, da, ja Gut, jetzt bin ich Parkplatz, oder? Jetzt komm ich da einfach gar nicht raus, wenn ich dann mal was anderes bin Ja, da kannst du ja bisschen umschauen Ja, da kannst du ja ein bisschen umschauen Was kann ich jetzt sagen? Ach, da können wir da was legen? Genau, da können wir überall legen Ah! Ich bin aufgasend dabei Da brauchst du dann im Grunde nix die Dinge, also... Kannst du wahrscheinlich auch nicht, oder? Doch, kannst du schon Aber da ist ja noch... Wie ich auch davon Da... äh... Da vorne ist nämlich die Schräge, wo es oben geht Ist ja nicht voll aufgasend Ah, da... ok Und da jetzt halt was legen, oder? Oder was machst du? Ich bin ja nicht mehr Ich glaube, bei mir ist schon einer HAHA! Der ist gut Ich glaube, da ist noch einer Ja, der ist... der ist Torsten Glaub ich Aber wo kommt denn noch überall her? Kommen wir... Wo? Wenn wir das Parkhaus? Ja! Ja, da gibt's überall Lösungsgeschichte Also im Grunde kann ich überall herkommen Also... Meistens wieder Hacking Pro ist Das ist der Rassenschatz immer Jetzt die aufgehauen Und dann schon steht er dort den Finger Ok... Also... Da ist alles... Da steht auch da was Ja... Das wurden getest Kaum eine... Gasgranate angefordert Ja... Da ist auch jemand Oder wo das ist die Geekam? Und jetzt war... Was haben wir jetzt hier? Soll ich da bleiben? Ah, der hängt da... Und noch die umbaut Was denn hier bloß ein Headworn nehmen und dann weiß es oder was? Genau... Was soll denn oder was? Nein... Nein... Was ist der von mir? Soll ich mich mal wieder dort Und ich find was sind die beste Märkte? Das ist China-Mausen Find's ne? Und ich find die beste Märkte ist das Aquarius Ich find die beste Märkte... Das ist das Aquarius Ich find die beste Märkte Ich find die beste Märkte Die müsste das Aquarius Halt, da hinten wird etwas. Warte mal, ich hab doch noch Flares. Ah fuck, komm deine Gasmasken weg, schon kommt die Sticky-Cam. Naja, passen konnte ich bloß das machen. Bloß das gut arbeiten. Ich wünsche euch, dass da keiner rein kommt. Wir zwei. Ja. Ja, da hast du schon, oder? Ja. Ich komme einfach mal runter. Soll ich das machen? Ich mach von hinten erst. Ja. Was? Ich hab's. Mein Herz hat einfach. Okay, das macht ja so. Ich geh wieder auf. Oder bist du auf? Nein, ich glaub auch. Da kann ich mich erst einmal bloß zu stehen bleiben. Ich glaub ich fahr den 7. Flora. Äh, hast du ein Backpack? Nein. 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 Aber du bist schon mal gestorben. Ist schon wieder einer da? Nein, ich bin nicht mehr gestorben. Tot. Was ist denn noch? Chef, tot. Da ist die Karte, glaube ich, im Kaupark. Kaupark? Paupark? Ja, der, wo du bist. Besonders ist es. Die Karte. Der Karte wird eben ein Moment. Busschen, wie wegen. Ich bin begast. Hustchen, wie es hinten ist? ich folge dir noch nein, ich schloss bloß ja, du bist wieder Gas ok, ich stehe dann gleich bei Ansatzziele dort du hast wieder Gas ja, das ist kein Problem, ich zahle wieder Gasmasse aber was dabei ist, ich denke, er ist irgendwo über mich das kannst du dir nicht wissen gerne, ich freue mich wieder auf hier ach, bist du einer noch? ja ich sag ihm, dass er gleich hackt ok, ich glaub der ist auch da ist auch einer ja, wo war denn? ha, da bringt er die Vergasung nix ha ja, meiner ist wahrscheinlich ein Metronen bis wieder rum? na nein, genau ist das geil wenn man ausschlackt dann geht Alarmen los hast du das gewusst? ja oder wenn man da ruft so ist glaube ich wenn man da schloss da weil die Gasmasse ist echt gut gekostet hast du noch die Zeit, dass es da ist jetzt? ich glaub schon, ich glaub das wirkt ein bisschen steuer dadurch ich glaub schon, ich glaub das wirkt ein bisschen steuer dadurch sonst zittert er bei mir oder was? soll ich sie dir kommen? ich lass mich stecken wo dann hab ich oder? wo bist du denn da? eins über mich? ich bin eins über dir, ja weil komm ich beim schnellsten hin? ich bin beide bei mir, komm aufhain aufzug? ja das ist mal ein bisschen leer zweiter Stock? der erste Stock hm? erster Stock er hat auch vergaßt, oder? ja nur mehr da noch mehr da geht dann ein und links da ja bleib und bleib im ist es du? nein, ist der Schotten bleib ein bisschen in dem Raum steh bei mir sind Miniketten jetzt sonst was auch scheiße unten unten? nach? nach? nach, hinter mir ist er noch bei mir sind Miniketten das ist schon was du schaffst ob du kennst so wie ist das ja ich will auf den ersten ah! der ist ja, der ist ja freundlich mach du ja der ist ja der war aber grad an da ist ja der haupt dann einfach bloß auf der Kiste drauf so gut ok, guckst du dich doch wie vor du wirst hier rumbleiben du wirst hier rumbleiben Lange auf A drumbleiben hast du gesagt, oder? Ich... also X, X wo es. Lange auf A drumbleiben. Das steht aber ein dritten auf dem ultra großen Display. Einen Uhr trägt, Tom. Scheuhe? Ja, das geht nicht. Also. Da drauf scheiß, oder? Ja, ja, aber mit der Gasmasten. Wenn du die Gasmasten da hast, wenn du dir das trifft, dann kannst du es gleich wieder runter. Dann hast du wieder freie Sicht. Unten herüber. Unten ist er. Der denkt sich nicht mehr. Wenn der Zeit hätte alles, sagst du das. Warte, lass ich dich. Nein. Ich höre in der Mitte. Ich höre oben los. Ja. Ich höre. Bei dir? Scheiße aus. Zweiter Bereich. Naja, da haben wir schon mit mir geschrieben. Jetzt zu dir, Arafi, und dann im Mittendurm, oder? Ha? Zu dir, Arafi? Du musst ja unbedingt zu mir, Arafi. Du kannst glaube ich auch von unten. Und bin ich da? Achso. So, gut, und jetzt? Schreibt mal raus, bitte. Wenn das der ist, der ist, der ist, der ist. Na, da links. Da war die dicke Tiere. Deine? Na, da hätte ich daneben, ja. Und hier bin ich. Da bist du? Aber hinter mir, in der Saison, wo es bei einer ist. Der, der kommt so zu, da geht ihr nicht durch. Jetzt bin ja da dort und alles, ich habe auch. Aber ich merke auch, dass ich gar Kminen gelegt gehabt habe. Ja, dann liegt da auch alles. Ich mache auch. Ja. Ich renne mal unten aneinander. Das ist aber auch lustig, dass die ganze Kminen gelegt ist. Dafür haben wir uns aber gut dran gehalten. Auch. Cool, Ute. Hacking in Progress, der kommt oben raus, glaube ich. Und der wird oben raus gekommen. Ich höre unten was. Und der liegt, glaube ich. Hast du den? Nö. Ich sehe ihn aber. Der ist in den... Da war ich wieder eins oder was? Ich sehe gar nicht zu dir.